Sag mal Kai, kann ich deinen Laptop vielleicht haben? Ich muss noch eine Seminararbeit fertig machen am Wochenende. Prinzipiell spricht da nichts gegen, klar. Ja, mein anderer ist kaputt gegangen schon wieder. Okay, pass aber auf. Ja klar, pass ich auf. Boah, hab ich jetzt Hunger vorm Schreiben. Oh nein!